So, hallo, es ist Zeit für die nächste Runde Dings. Letztes Mal haben wir mit einem Safe State dieses Schleetree-Level abgeschlossen. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch dieses Level hier, Village Sky, weil den Stern will ich ja erst später betreten. Das ist ja scheinbar kein Level, sondern ein Fortschreiten. Und das Ding hat eh zwei Exits, also gehe ich davon aus, dass ein Exit dann wohl auch hier aus der Welt rausführen wird. Und wir dadurch ein bisschen weiterkommen werden. Aber, also, ich denke, es gibt noch einige Möglichkeiten. Im Moment gibt es zwei Optionen, diesen Stern und dieses Level. Oder halt noch die Level, die ich noch nicht gespielt habe, aber wie gesagt, das sind dann Controller-Level. Ja, gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier reingehe. Village Sky, ich glaube, wir waren schon mal irgendwann kurz drinnen, ne? Richtig, ich erinnere mich. Die Tür war einfach ne Tür, okay. Hier ist auch nix. Okay. Das soll mir einfach zeigen, dass Items hier dran sterben, oder? Wie soll ich das verstehen? Wahrscheinlich. Ah. Ah, dann muss ich den anspringen. So, und dann hier so. Und dann so, okay. Okay. Dann ist der Anfang erstmal klar, dann gehen wir direkt weiter. Ah, ja, mhm. Nicht mit nem Spinjump weiter. Da war auch keine blaue Münze. Ich weiß nicht, warum ich Spin-gejumpte bin. Ansonsten sah das gar nicht so schlecht aus. Muss auf jeden Fall direkt weiter. Die Musik ist gut. Ich mach schon wieder den Spinjump, weil ich doof bin. So. So, jetzt aber. Zack, dann kommt... Ja, nee, ich verstehe's. Dann kommt der nämlich runter. Ups. Dann kommt der nämlich... Also dann, äh, komm... Also dann, ähm... Genau, dann schießt's den nämlich runter. Und dann kann ich auf dem weiter. Aber das sieht doch bisher alles in Ordnung aus. Mal gucken, wenn sie das Level noch entwickelt. Aber bisher wirkt es jetzt nicht wie das schlimmste Level, was wir jemals spielen werden. Nur, dass ich halt gerade unfähig bin. Aber das ist ne andere Geschichte. So, zack. Genau, jetzt kann ich hier drauf und dann... Und dann da weiter. Okay. Nein, jetzt hab ich den mit erwischt. Jetzt. Ja. Noch nicht zu ganz. Ach, ich hab's wieder mitgenommen. So, zack. Ich will immer zu weit springen. Ich darf dann auch nicht... Ich muss nur ein bisschen... Bisschen vom Gas. Und dann jetzt hier wieder aufs Gas. Und dann jetzt hier den wieder mit. Und... Ja, 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 ja. Okay. Und da drüben dann den Spinjump ansetzen. Okay. Ist das eigentlich ein Sonic? Ne, woher kommt das Lied? Das könnte... Es könnte was von Sonic sein. So vom Stil her. Aber das kenne ich nicht. Also... Ist es wahrscheinlich eher nichts von Sonic. Ich mein, es kann alles... Es kann eigentlich zu jedem... Zu jeder Variante, die so ähnlich wie Sonic ist, passen. Ist einfach ein nettes Running Theme. So, ne? Wenn man irgendwo durchrennt, durch irgendeine Graslandschaft oder so ein Strand oder irgendwie sowas. Das könnte super... Also es könnte gut jedes Sonic-Spiel reinpassen. Oder... Ja, halt... Es kann eigentlich... Es passt zu... Es passt viel zu... Es passt... Es passt zu viel zu vielen Sachen. Ich kenn's jedenfalls nicht. Aber die erste Intention, die ich hatte, war Sonic. Bei dem Stil. Ach, Menschen-Skinner. So... Ah, okay. Ne, okay, da muss ich... Da muss ich, glaube ich, ein bisschen höher mit dem. Weil dann kommt der besser. Ja. Okay, und dann darüber. Alles klar. Wieder ein Stückchen weiter gesehen, als wir bisher schon gekommen sind. Jawohl. 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 Oh. Okay, da muss ich ein bisschen... Okay, da darf ich nicht direkt nach drüben. Da muss ich ein bisschen regulieren. Aber ist schön. Spielt sich schön, das Level bisher. Da, 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 da. Ich hab den Spinchab nicht erwischt. Aber die Sache ist ja die, es gibt ja ein Secret Exit. Und den Anfang müssen wir dann auf jeden Fall scheinbar nochmal machen. Je nachdem, wo dann der Secret Exit kommen wird. Naja, aber ist jetzt ja nicht so schlimm, der Anfang ist. Ja, also noch ist das, noch ist das alles okay. Und ich bin jetzt nicht irgendwie gestresst, weil ich das nochmal spielen muss. Dann, wenn ich's mal geschafft haben sollte, irgendwann. Weil ich halt gedacht hab, vielleicht ist es die Tür. Aber die Tür ist es ja scheinbar eben nicht. Na, also keine Ahnung. Dazu könnte dieses Lied noch passen. Theoretisch auch ein Autorennspiel? Ja, doch. Doch, doch, bei nem Autorennen seh ich mich da auch. Also so, aber jetzt nicht, nicht so ein realistisches Autorennen, sondern halt sowas. So ein Fantasy-Autorennen-Dings wie, was weiß ich, Mario Kart oder so, ne? Also wo du halt so ein bisschen... Ja. Auch so ein bisschen tropische Welten hast, keine Ahnung. Einfach so ne Happy, Happy Grasland-Musik. Ich weiß es nicht. Ach, Mensch! Dass ich die Stelle mit dem Spinjump noch verkacke, ärgert mich so ein bisschen. Die sieht nämlich eigentlich nicht schwierig aus. Das reicht nicht. Sehr schön. Sehr schön. Das, das meine ich. Ich muss da, das muss ich anders machen, als ich das im Kopf habe. Ah. Was mich auch interessiert, was ist, was aus dem Block rauskommt. Ah, okay. Nichts Wichtiges. Hätte ja sein, dass das mit dem Secret-Exit vielleicht zu tun hatte. Keine Ahnung, dass so ein Schlüssel oder so kommt. Was weiß ich. Aber ist nicht der Fall gewesen. Ah! Die Spinjump-Stelle muss ich noch ein bisschen, ein bisschen besser mir ein... Das war nicht schlecht. Okay. Also, so ein bisschen mit Wartezeit, dann läuft das. Na! Was ist eigentlich hier? Achso. Warum ist der... Achso, dass der... Das ist... Ja gut, aber ich meine... Ich komme ja eh direkt weiter. Ich weiß nicht, warum da jetzt extra so ein Block nochmal sein muss. Vielleicht, dass man nicht zurück kann oder so. Hm, komisch. Egal. Vielleicht irgendeine Break-Sicherung, die ich nicht... Nicht verstehe. Macht aber auch nichts. So. Na, hallo. Spinjump. Oh, das war wieder mitgenommen. So. What? Okay, ich habe leider nicht gesehen, wohin es weiterging. Die Shell habe ich erwischt, aber dann habe ich leider nicht gesehen, was ich tun muss. Da muss ich aufmerksamer sein. Wenn wir gleich wieder dort sind. Ja, sind wir nicht. Schade. Also irgendwas ist unten entlang geflogen. Irgendwas kam unten. Dann weiß ich nicht. Viel habe ich nicht wahr... Och, Mann. Viel habe ich nicht wahrgenommen. Leider. Ähm. Nope. Sehr gut. Äh. Midway! Da ist er schon. Da ist er schon. Sweet. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie die Stelle geht, aber es ist dann nicht mehr viel dahin. Sehr gut. So. Ah, doch, ich habe es verstanden. Okay, ich habe es verstanden. Das ist ja super cool. Ich muss die gelbe Shell durchschicken. Dadurch, dass ich das erste Mal gegen den Block springe, löst sie den Block aus. Dann kann ich die gelbe Shell durchschicken. Gleichzeitig komme ich mit dem roten Koopa rüber. Und kann dann über die gelbe Shell zum Midway. Oh mein Gott, das ist ja echt in Ordnung. Das geht doch wieder voll fit. So, die Stelle haben wir mittlerweile auch kapiert. Zack, jetzt schicke ich den wieder los. Ja, dann schicke ich den wieder los und gehe einfach rüber. Also, einfach wird es nicht, aber von der Theorie her habe ich es verstanden. Ne? Das ist jetzt keine unmögliche Aufgabe. Genau, und jetzt springe ich rüber und dann geht es zum Midway weiter. Sehr nice. Reicht nicht. Das können wir auch auf jeden Fall dann nochmal machen, wenn es um den Secret Exit geht. Also, der Anfang ist in Ordnung. Den Anfang kann man öfter spielen. Wäre halt schön, wenn man mal besser wird mit der Zeit und nicht schlechter. Aber irgendwie passiert es bei mir noch nicht so ganz. Oder ich realisiere es einfach nur nicht. Woran bin ich? Hä? War deine Stachel? Bin ich in eine Stachel reingerattert? Bin ich in eine Stachel reingerattert oder was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Weiß es nicht. Irgendwas habe ich getan. Ah ja, da ist eine Stachel in der Mitte. Okay. Da muss ich noch ein bisschen besser dann rüberkommen. Schon verstanden. Yes! Because Boone is so high up in the sky, he cannot fly due to low air pressure. He also can't twirl either, but that's to help you out. Also, schweben kann ich, fliegen kann ich nicht. Okay. Got it. Das Interessante ist jetzt aber, ja? Achso, okay, mein stirbt direkt. Ich überlege halt gerade, ob ich hier schon irgendwas mit dem Secret Exit machen kann. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich soll ja auch nur schweben. Ah, nicht in die Richtung. Ja, da muss ich dann da hoch. Okay, da kommt noch eine neue Shell runter. Interessant. Ist hier irgendwas? Nein. Ja. Oh, okay, verstanden. Okay, ja, das wird interessant. Ja, jetzt rüberschweben. Äh. What? Äh? Da kamen jetzt ganz viele Pfeile auf einmal und Shells. Was will er denn da von mir? Ähm. Ah, das war zu... zu nicht gut. Nein. Okay, was will er denn da? da drüben von mir. So. Ah, erst die hoch, dann die rüber und dann über die und die. Irgendwie so. Yo. Super. Ah, Mann. Sehr gut. Ja, ja, ja. Verstanden. Verstanden. Nice. So. Die hoch. Die holen. Darüber. Darüber. Ah, nee! Die hätte ich irgendwie nochmal anstupsen müssen. Oh, das ist meine Reihenfolge doch noch falsch. Ja, die muss ein bisschen schneller. Okay, doch, ich glaube, die passt die Reihenfolge. Doch, ich denke, ich denke, es passt schon. Ich denke, es passt schon. Also, hoch. Der ist zu langsam. Nein, es passt. Ja. Und dann nehme ich die nämlich, dann mache ich mit der einen Shellchump. Ach so, wait, ich könnte auch die einfach abschicken. Das würde beides funktionieren, oder? Ist das vielleicht einfacher, die andere zu nehmen? Dass ich sage, ich schicke die los. Schmeiß die da hoch. Okay, nein, 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 nein. Ist nicht leichter, die hochzuschmeißen. Nee, ich will schon die andere hochschmeißen. Passt schon. Der hat schon die Pfeile zurechtgesetzt. Ich sollte es mir nicht schwieriger machen als nötig. So. Ab mit dir. Ab mit dir. Äh, äh, äh. Das hat nicht funktioniert. Nein. Ja. Und jetzt müsste ich mit der noch weiterkommen. Okay. Aber wie mache ich dann da drüben? Was ist dann da drüben verlangt? Das sehen wir dann, wenn wir dort sind. Das kann ich jetzt noch nicht festlegen. Das muss ich erst genauer sehen. Super. Ba, da, ba. Ba, ba, ba. Aber das ist ein sehr cooles Level mal wieder. Oh. Nein. Mhm. Okay. Nein, nicht dumm. Wie mache ich das denn am blödsten? Entweder ich... Also ich habe zwei Ideen. Entweder ich muss sie schmeißen und drauf sie springen. Ach lol, ich kann das ja an der Wand... Ich bin ja blöd. Ich kann das doch an der... An der linken Wand auch machen. Ich kann das doch einfach an der linken Wand machen. Ich doof. Ja, natürlich. Ja, nicht so. Ah, es könnte aber noch... Ja. Ja, doch, das funktioniert. Okay, sehr gut. Das machen wir an der linken Wand einfach. Tue ich denn da lange rum? Machen wir an der linken Wand. Gut ist. So, zack. Zack. Ja, so in etwa. Nur noch ein bisschen weiter drüben. Und dann weiß ich halt noch nicht, wie es da weiter... Also irgendwie schicke ich diese Shells los. Und dann wahrscheinlich machen die irgendwas danach. Und erst mal schicke ich sie ja alle einfach los. So, keine Ahnung. So. Genau, das darf... Also ich muss die nach links... Äh, nach rechts los schicken. Ups. Zu spät. So. Nein! Ah, wir sehen leider nicht genug. Ja. Oh, jetzt habe ich die kaputt gemacht. Ah, die müssen da drin landen. Das ist alles. Okay, die müssen nur da drin landen. Gut, das macht es sehr angenehm. Schon verstanden. Schon verstanden. Das war knapp. Nein! Verfehlt. Der Shellchub ist noch was, wo ich noch ein bisschen hier mir schwer tue. Aber... Nicht weiter schlimm. Kostet nur ein bisschen Zeit noch. Kriegen wir hin. Yes! So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Zack. Nein! Warum? Warum bin ich da wieder weg? Das war wieder so dieser... Du schaffst es einfach jetzt noch nicht beim ersten Mal. Versuch... Moment. So, das war einfach dieses... Du darfst es nicht. Du musst es noch öfter probieren. Erst dann darfst du es schaffen. Woher nicht. Das war das. Ich frage mich immer noch, wo der Secret Exit kommt. Möchte ich das alles dann nochmal machen? Oder der Secret Exit ist eine ganz andere... Ah, scheiße. Der Secret Exit funktioniert ganz anders. Kann natürlich auch sein. Dass die Tür am Anfang vielleicht erst später... Huch... ...ausgelöst wird. Alles denkbar. Alles denkbar. Ja. Ich hab mir gedacht, dass das zu wenig war. Hab ich mir gedacht. Aber ich meine... Wo soll man denn hier... Also... Er hat ja geschrieben, ich kann hier nicht fliegen. Ja, aber... Wo soll ich denn hier auch fliegen können? Ich hab ja nicht mal die Möglichkeit, Anlauf zu nehmen. Also ist ja voll okay, dass ich nicht fliegen kann. Also ich könnte ja nicht mal... Wobei, ich könnte wahrscheinlich hier Anlauf nehmen, ne? Ja. Wow! Na, Mann! Ich tue aber auch schon wieder blöd. Ja, Herr Männchen, Scanner. Ich tue aber auch schon wieder echt blöd hier. Sehr schön. Nein! Ich hatte so Bedenken, dass ich's nicht mit rechts erwische. Ach. Dass ich zu weit nach links bin. Okay. Nein! Mann, oh... Oh, die... Könnte knapp werden. Bruder. So. Ja, passt. Yes! Sehr gut. Nein, ich hab die wieder... Ich hab die in die Hand genommen. Ich muss von der Taste runtergehen, dass ich die nicht in die Hand nehme. Scheibenhonig. So, jetzt aber. Und jetzt ist genau das passiert, was ich vorhin verhindern wollte. Nein! Warum bin ich so? Nachher könnte aber ein Secret auch zum Beispiel hier in irgendeinem Ding sein, dass man da irgendwie mal rein kann. Muss ich mal genau gucken, ob wir bei den Fenstern irgendwann mal irgendwas irgendwo halt sehen können. Könnte auch sein, weil der immer so gelb-schwarze Fenster macht, dass man vielleicht irgendwo mal irgendwas sehen kann. Hab mich da nicht drauf geachtet. Ah, scheiße. Ich hab da nicht drauf geachtet oder so. Aber vielleicht spielen wir erstmal das Level und es erklärt sich von Anfang an weiter hinten, was der Secret Exit ist. Irgendwie wundert es mich halt noch, dass diese Tür da am Anfang ist. So, irgendwas muss doch diese Tür bedeuten. So. Zack. Zack. Ich hatte Angst vor der Stachel. Ich hab sie extra nicht erwähnt. Aber leider hat die Stachel trotzdem ihren Job getan. Leider hat die Stachel trotzdem ihren Job getan. auch. Oh. Ah, komm. Ach komm Wir dürfen noch immer nicht sehen, was nach der Stelle mit den gelben Shells kommt Finde ich ein bisschen ärgerlich Ich will das nämlich langsam mal wissen Oh, das würde sogar Oh, das könnte sogar Weiß nicht, ob das reicht, aber man könnte, glaube ich, das als Backup nutzen Naja, also das nicht Das nicht Ach man, ich mach immer Bin wieder zu unkonzentriert Mann, ich bin zu weit rüber Ich weiß es doch selbst Warum mache ich es dann Sehr schön Nein, ich hasse alles Ich hasse alles Okay Sehr gut Vielleicht ja jetzt Da oben kann ich auch an die Shell ranstoßen Ah, Mist Mist Ich weiß es nicht Oh, ich weiß es nicht Ich weiß es nicht was, ich kann es nicht Das war knapp. Oh, die ist zu langsam, die ist zu langsam, die ist zu langsam. Ich war sowieso schlecht. Ich war sowieso schlecht. Nein, ich hab nicht losgekommen. Dass ich die Dinge nicht so hinkriege, wie sie gedacht sind, das ist schon ärgerlich. Weil ich weiß ja, wie es geht. Nur mein Kopf macht nicht das, was ich will. Mann! Warum reicht es nicht? So. Nein, jetzt ist es wieder in die Richtung gegangen. Irgendwas geht immer schief. Irgendwas geht immer schief mit Ö. Nein! Nein, wieso? Krieg den Shellchab aus dem Stand da noch nicht hin. Wenn die so runterfällt, ist das leichter. Aber... Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nein, ich bin tot. Ich bin blöd. Ja. Oh, warte, warte, warte. Back up. Okay. Okay. Nein, ich bin zu weit drüber. Wow. Okay. Mann, ich will den treffen. Ist doch Scheibenhonig. Scheiben! Mann! Meine Unfähigkeit nervt mich. Gibt's doch nicht. Ich weiß doch, wie es geht. Wieso struggle ich denn dann so hart? So. Vielleicht ja jetzt. Okay, wir sehen mal mehr. Wir sehen mal mehr. Was kommt jetzt? Scheiße! Ja, aber wo ist denn dann der Secret Exit? Also Exit habe ich verstanden. Aber wo ist dann der Secret Exit? Wo ist denn dann der Secret Exit? Okay, dann muss der irgendwie ganz so... Also weiß ich nicht. Ich würde ja fast vermuten, dass er im zweiten Abschnitt ist. Aber wo? Oder doch am... Oh, ich habe da eine Idee. Und das würde dann auch die Tür erklären. Ich habe da eine Idee. Ich sage aber mal noch nichts. Weil falls es falsch ist, habe ich mich nicht blamiert. Okay. Nice. So, komm jetzt. Nice. Okay, so. Wir wissen, was passiert. Den ersten erwischt, den zweiten versaut. Obwohl es genau das gleiche ist. Es ist zweimal genau das gleiche. Es kommt halt... Ja. Es kommt halt eine Shell runter und die muss ich erwischen. Aber schön. Damit haben wir das Level auch geschafft. Muss es nur noch hin... Muss es nur noch hinkriegen. Mann! Ach, Mann! Boah, macht mich sowas aggro, wenn ich so doof bin. Sei doch einfach mal nicht so doof. Mit jedem Tod wird die Unkonzentriertheit höher. Unkonzentriertheit? Weiß nicht. Sagt man das so? Unkonzentration wahrscheinlich eher. Okay. Okay. Scheiße. Mann! Ich will eigentlich nur noch da hinten in der letzten Häuserschlucht sterben. Also will ich nicht, aber... Da würde ich es akzeptieren, weil ich die noch nicht geschafft habe. Aber nicht den Anfang hier. Das müsste doch wirklich so sein, dass wir das konstant schaffen. So mit einer, was weiß ich, sicheren Chance von, keine Ahnung, wenigstens 90% oder so. Aber ich glaube, die hatten wir jetzt nicht. Nee! Ach, Junge. Ach, drehen kann ich mich auch nicht. Das haben die auch erklärt. Ja, das ist auch sinnvoll, weil das ist tatsächlich sinnvoll. Ansonsten würde man die ganze Zeit die Shells drehen. Das will man gar nicht. Ja. Sehe ich ein. Ist sinnvoll. Haben sie recht. Ja. Nein! Oh! Backup! Okay, kein Backup. Wahrscheinlich würde es eh nicht reichen, um bis rüber zu kommen. So. Okay. Nice! Nice, 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 nice. Bup! Okay. Okay, so, das führt hier hoch. Jetzt haben wir ja von Mona noch nix, ne? Da kann ich nach wie vor nichts tun. Da heißt es ja, dies nicht zu finden und... Bup! Sagt der Boden. Mehr sagt der Boden nicht. Keine Ahnung. Jetzt haben wir hier noch die Secret Exit. Okay. Oh! Oh! Es gibt einfach ein zweites Level. Und so komme ich zurück in den Anfang. Ah! Okay, dann haben sie alle meine Theorien völlig erledigt. What was once a happy town is now deserted. There is a note. All Heil King Uub. Oh! Uub ist ein Name. Oh, wir bekommen hier langsam Lore. Und hier kann ich an der Wand kleben, oder was? Okay. 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 Ah, okay. Was macht dieses Ding? Nichts, was ich möchte. Dann will ich wahrscheinlich... Nicht so. Nein! Ich lade irgendwie immer automatisch im Ding drin. Das will ich aber gar nicht. Scheiße. Komm ich bis da rüber? Oh, wait! Nein! Ah, wobei ist egal. Tut mich weh. Kann ich hier auch schon klettern? Also ist es... Okay, ich kann hier auch schon klettern. Also klettern kann ich hier einfach überall. Das hat nichts mit den Springboards zu tun. Die sind zusätzlich einfach noch mit da. Ja, und dann irgendwie so rum. Ich denke, so muss ich es machen. Ich denke, irgendwie so muss ich es machen. Ja, das wird jetzt so ein Level, wo man erstmal rausfinden muss, was man tun will. Aber es... Ja, es ist cool. I'm here for it. Wie hoch darf ich? So hoch. Nice. Okay. Okay. Und jetzt muss ich bis da rüber kommen. Und dann so hoch. Okay, cool, cool, cool. Okay, den darf ich jetzt wieder nicht berühren. Wobei der mich nur nach unten fetzt. Das wäre gar nicht mal so dramatisch erstmal. Okay. Bruder. Wo muss ich denn jetzt? Darüber. Äh, und jetzt? Oh Gott. Nein. Okay. Ach Gott, Leute, wir sind ja im neuen Part. Wir sind noch gar nicht in dem neuen Part. Ich spiele schon das nächste Level. Äh, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Aber haben wir schon gute Preview gesehen, was kommt. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut, das Gimmick. Das wird cool. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.